Also, dieser Tim Holz, das mag ja ein ganz dufter Typ sein, aber so langsam geht er mal ein bisschen auf die Eierstöcke mit seinen Distress Ink Gedönsteilen in 736 verschiedenen Farben. Habe ich es gerade gesagt oder gedacht? Hallöchen, mein Name ist Luise Heinzel und du bist hier gelandet beim dritten Türchen des Junk Journal Tutorial Adventskalenders. Wenn du schon öfters hier warst, schön, dass du wieder da bist und dass du dir auch dieses Video heute reinziehst. Ja, was ihr da im Intro gehört habt, war ein Zitat von mir. Vor einigen Jahren habe ich mir tatsächlich gedacht, hier sagt er mal, ist ja ganz nett der Typ. Also, versteht mich nicht falsch. Ich glaube, er hat eher Interesse an Männern. Also, das ist jetzt nicht irgendwie sexuell gemeint oder so im Gottesfällen. Aber auch nicht andersrum. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Er schaut ja schon ganz nett aus, der Tim. Und ich schaue mir auch wirklich gerne seine Demonstrationen an und was er da so tut. Demonstrationen, sagt man das so. Wenn er da so zeigt, seine neuen Produkte. Hier habe ich dies und das und das und das. Ich schaue mir das wirklich sehr gerne an. Und inzwischen habe ich auch meine Meinung, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, geändert. Aber am Anfang, als ich mit dem Thema Junk Journaling begonnen habe, habe ich mir gedacht, also, entschuldige bitte mal, aber warum brauche ich denn das? Für was jetzt eigentlich? Ihr kennt sicherlich diese... Moment, ich will das mal hier rausholen. Vorbereitet. Ihr kennt sicherlich diese Distress Ink Pads von Tim Holz. Das schaut ein bisschen komisch aus. Entschuldige bitte, hier ist irgendwie sowas komisches drauf. Es gibt auch diese Distress Oxide Stempeltinten. Und ihr habt es sicherlich schon in verschiedenen Videos gesehen, was man alles damit machen kann. Da habe ich mir am Anfang gedacht, ja, ey, was will der Mann von mir? Was, was will der von mir? Und ich war wirklich ein Supply-Verweigerer. Also Supply, aus dem Englischen übersetzt, ein, wie soll ich sagen, Hilfsmittel-Verweigerer. Also Hilfsmittel wie dieses hier waren mir wirklich zuwider, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich denn für so ein Stempelkissen bitte Geld ausgeben, wenn ich das auch mit anderen Dingen vielleicht genauso machen kann, wie er das mit diesen Stempelkissen hier tut. Dann bin ich relativ schnell auf die Idee gekommen, mir so ein kleines Schwämmchen hier zu nehmen. Das benutzt man normalerweise, um so Make-up aufzutragen. Zum Glück ist das hier trocken, sonst hätte ich jetzt hier so eine kleine Karnevalsshow veranstaltet. Und ich habe dieses Ding hier tatsächlich am Anfang meiner Junk Journal Zeit benutzt, um die Ränder von Papieren oder auch Papierstückchen zu Distressen. Also auf alt zu machen, ein bisschen so abgeranzt aussehen zu lassen. Ich habe das hier dafür in einen Kinderwasserfarbmalkasten so reingedreht sozusagen, also mit ein bisschen Wasser an diesem Teil. Und dann habe ich mir mein Papier genommen und habe das so hier so dran gedrückt, immer so vollemühsam und hatte hier meinen Distressenrand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr sehr lange Zeit sehr zufrieden damit. Ich habe mir gedacht, ich will das nicht haben. Bis ich dann eines Tages tatsächlich wirklich in einer geistigen Umnachtung, oder ich weiß nicht warum, mir dieses Stempelkissen hier gekauft habe. Und zusätzlich auch diese kleinen Dinger hier. Auch das hier kommt aus dem Kosmetikbereich. Ihr seht schon einmal im Gesicht. Keine Ahnung, für was man das benutzt. Hier muss man irgendwie sowas drauf machen und dann tut man das da so in sein Gesicht. Ich habe keine Ahnung, in meinem Gesicht ist halt nichts, wie ihr seht. Ich weiß nicht so ganz genau, wie man das normalerweise benutzt. Aber die sind halt normalerweise zum Auftragen vom Make-up gemacht. Und die Kombination aus diesen beiden Dingern hier ist wirklich eine Revolution für mich gewesen. Und wie soll ich sagen, ich schließe jetzt trotzdem nicht Tim Holz in mein Nachtgebet ein. Aber das ist Gold wert. Und warum das so ist, das möchte ich euch gerne im heutigen Video Tutorial zeigen. Ich werde mit euch jetzt gleich das dritte Türchen öffnen. Ihr werdet dann sehen, was sich dort alles verbirgt. Und mit den Prompts von heute etwas gestalten. Und ich werde insbesondere darauf eingehen, warum das hier für dieses heutige Tutorial wirklich Gold wert ist. Fangen wir also an. Hier ist es. Türchen Nummer 3. Diesmal in einem schlichten Rot-Weiß. Schauen wir mal, was heute da drin ist. Ja, es schaut ja schon mal ein bisschen voller aus als gestern. Ich hole das mal alles hier raus. Wie ihr seht, haben wir hier ziemlich viele bis jetzt noch etwas merkwürdig aussehende Papierstücke. Und da irgendwie so ein kleines Stückchen von einem Doily, also von so einer Papierserviette. Ja, und so ein Kästchen ist offensichtlich größer, als man zu Anfang denkt. Schaut mal, was da alles reinpasst. Suchen wir mal hier die Prompts. Einmal haben wir da das Wort Scraps, also Schnipsel. Dann das Wort Knopf. Haben wir ja hier so einen. Ich habe hier so einen wunderschönen grünen von meiner Oma ausgesucht. Und das Wort Cluster. Also, ja. Was ist ein Cluster? Seid gespannt. Ich werde euch das im Laufe dieses Videos erklären, was ein Cluster ist. Ich habe mir hier auch noch so ein paar Stückchen von Spitze genommen. Ihr könnt also jegliche Art von Scraps, also von Schnipseln benutzen. Es muss nicht unbedingt Papier sein. Es können auch Stoff-Schnipsel sein. Oder Schnipsel von Spitze. Kleine Wollstückchen. Was auch immer ihr findet. Bonbon-Papier. Jetzt zu Weihnachten hat man ja vielleicht auch das ein oder andere, was man mal so nascht zwischendurch. Auch so Verpackungspapierchen eignen sich natürlich hervorragend als Schnipselpapierchen. Ich fange mal hier an mit so einem handgeschöpften Papier. Das habe ich mal in einer Happy Mail bekommen. Und ich freue mich da sehr drüber, weil das wirklich einfach total hochwertig gemacht ist. Und es schaut wirklich wunderschön aus. Und ich habe mich jetzt entschieden, das hier als Basis für mein Cluster zu benutzen. Ihr seht schon, ich schichte verschiedene dieser Schnipsel übereinander. Und genau das ist es auch schon, was ein Cluster ausmacht. Also dieses Wort, was sich im Bereich des Junk-Journalings, ja wie soll ich sagen, etabliert oder herauskristallisiert hat. Was eben so zum Fachterminus gehört, bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass man verschiedene Dinge übereinander stapelt. Und sie dann später miteinander verbindet, also aufeinander klebt oder tackert. Ihr seht schon da meinen Tacker rechts im Bild. Und dann kann man sie als Verzierung, Verschönerung in seinem Junk-Journal benutzen. Wenn ich Cluster mache, mache ich es gerne so, dass ich mir gleich mehrere Häufchen von Schnipseln sozusagen auf meinen Tisch lege. Warum mache ich das so? Diese Cluster möchte ich ja später in mein Junk-Journal einbauen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass sie in etwa einer Farbpalette folgen. Also ich benutze auch von dem selben Stück Papier Schnipselchen in den Clustern. Also quasi ich mache aus einem größeren Papierabfall mehrere kleine Schnipsel und benutze jeweils einen davon in jedem Cluster. Das hat den Vorteil, wenn ihr diese Dinge später in euer Journal einbaut, ergibt sich so eine Art Farbbrücke, ein Farbzusammenhang, wie ein roter Faden, der sich durch das Junk-Journal ziehen kann. Wenn hier und da mal wieder so ein Cluster eingebaut ist, dann erweckt das natürlich Aufmerksamkeit. Es gibt ein gewisses Interesse für die Seite, vielleicht sogar einen Fokuspunkt für eine Seite. Und durch die Farben, die aufeinander abgestimmt sind und die in jedem dieser kleinen Cluster so ähnlich sind, entsteht eben dieser Farbzusammenhang im Laufe des Journals, wenn man da durchblättert. Nun schaut das Ganze noch relativ langweilig aus, nachdem ich das aufeinander getackert habe. Es sieht halt einfach aus wie aufeinander getackerte Papier und Stoff und Spitzenschnipsel. Kommen wir nun also zu dem Hauptpunkt dieses Videos, nämlich dieser Distress Tinte. Von dem Holz gibt es, wie eingangs schon gesagt, diese Distress Tinte und die Distress Oxide Tinte. Beide haben etwas verschiedene Eigenschaften, wenn man sie auf Papier aufträgt. Aber beide haben den Effekt, dass sich so ein abgeranzter Look entwickelt um dieses Papierstückchen herum. So, als wenn dieses einzelne zerrissene Papierstückchen schon sehr lange irgendwo gelegen ist, als wenn es vielleicht mal nass geworden ist oder als wenn die Ecken einfach mit der Zeit gealtert sind, also verdreckt sind, abgeranzt worden sind. Ich benutze jetzt hier die Distress Oxide Tinte, die etwas cremiger ist in ihrer Konsistenz und die auch, wenn man es möchte, auf Wasser reagiert. Die ist wasserlöslich und wenn sie trocknet, ergibt es nochmal so einen ganz schönen, ja, oxidierten Effekt. Die normale Distress Tinte reagiert auch auf Wasser, hinterlässt aber eher nicht so eine oxidierte Oberfläche hinterher, sondern verläuft eher, ja, wie soll ich mal sagen, ähnlich wie Wasserfarbe oder wie Aquarellfarbe. Und ich habe jetzt in diesem Fall diese Oxide Tinte benutzt, weil ich diesen Farbton einfach wunderschön finde. Das ist jetzt zwar der gleiche Farbton, dieses Vintage-Foto von Tim Holz, wie die normale Distress Tinte, aber, ja, auf diesem handgeschöpften Papier ergibt es einfach einen richtig schönen Effekt und mir ist die in diesem Fall lieber, weil sie etwas dunkler ist. Und schaut euch jetzt mal an, wie das jetzt aussieht. Es ist wirklich dreidimensionaler. Es schaut aus, als wenn man dieses Stückchen, dieses Cluster irgendwo liegen gelassen hätte und als wenn es mit der Zeit so abgeranzt worden wäre durch verschiedene äußere Einflüsse. Für das nächste habe ich mir überlegt, ich könnte ja eigentlich das Wort Knopf auf meinem kleinen Schnipsel, wo ich mir die Prompts für diesen Adventskalender aufgeschrieben habe, auch mit einbauen. Deswegen habe ich mir jetzt hier so eine Nadel genommen und habe auch die Ränder von diesem kleinen Schildchen, Distressed, also mit dieser Tinte, eingestrichen. Und ich will das jetzt versuchen, da drauf zu nähen, sodass es später so aussieht wie ein angenähter Knopf. Ja, hier versuche ich gerade noch die richtige Position dafür zu finden, was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man das vorher schon aufeinander getackert hat, aber oftmals ist es einfach nur so eine kleine Entscheidungssache, weil gerade bei diesen kleinen Clustern schaut eigentlich immer irgendwie alles gut aus, was man macht. Das ist ein bisschen eigenartig, egal wie man das aufeinander macht, das schaut irgendwie immer gut aus. Also, wenn ihr das noch nie gemacht habt und ihr denkt, huiuiui, soll ich das irgendwie mal versuchen, bitte versucht das einfach mal und traut euch da dran. Macht das einfach so, ja, wie soll ich sagen, einfach ganz intuitiv. Legt das einfach mal übereinander, probiert verschiedene Sachen aus, dann werdet ihr ziemlich schnell feststellen, dass ihr auch mit den geringsten Mitteln ziemlich viel erreichen könnt, indem ihr die einfach so aufeinanderschichtet. Also, das ist wirklich eigentlich keine große Sache, macht aber für ein Junk Journal später richtig viel her. Und wenn man jetzt etwas angenäht hat, dann kann man natürlich auch diese kleinen Fäden, die man da zum Annähen benutzt hat, unten raushängen lassen. Oder man könnte die natürlich auch nochmal nach vorne holen und hinter diesem kleinen Label runterhängen lassen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte gerne noch so ein bisschen mehr Details da drauf haben und habe jetzt hier so eine kleine Naht gemalt. Ihr könntet das theoretisch natürlich auch mit der Nähmaschine nähen. Achtet dann aber bitte darauf, dass ihr nicht durch eure Tackernadel näht, denn sonst macht ihr euch die Nadel von eurer Nähmaschine kaputt. Und wenn ihr das geklebt habt, anstatt es zu tackern, lasst den Kleber bitte wirklich richtig, richtig gut trocknen. Und bitte nehmt dann auch auf gar keinen Fall doppelseitiges Klebeband oder sowas, weil euch das dann die Nadel von der Nähmaschine ruiniert oder die ganze Nähmaschine hinterher im Eimer ist. Wenn man die Distress Tinte auftragen will, empfiehlt sich so ein kleines Kosmetikschwämmchen, wie das, was ich jetzt da habe. Also dieses Bürstchen, das ist ja kein Schwämmchen, Entschuldigung, dieses Bürstchen. Oder eben so ein Schwämmchen, wie ich am Anfang des Videos gezeigt habe. Damit würde das theoretisch auch gehen. Es gibt von Tim Holz auch so spezielle Auftragegeräte. Das sieht aus wie so ein kleiner Stempel und hat unten so ein kleines Schaumgummi dran. Das würde selbstverständlich auch gehen. Wichtig beim Auftragen ist nur, dass ihr das in so kreisenden Bewegungen macht und am besten von außen nach innen. Also ihr könnt euch da so ein kleines Papier drunter legen, dass ihr euch nicht den Tisch versaut. Ihr seht, da ist ziemlich viel auf meinem Schutzpapier, was ich da auf den Tisch gelegt habe. Sodass ihr dann von dem Papier von außen nach innen sozusagen das auftragen könnt und immer so schöne kreisende Bewegungen machen. Dann wird das einerseits gleichmäßig, aber um den Rand drumherum könnt ihr das auch richtig schön unregelmäßig hinkriegen. Wichtig ist nur wirklich, dass ihr diese kreisende Bewegungen macht. Und wenn ihr die Oxide-Tinte benutzt, die so cremig ist, müsst ihr das auch relativ schnell machen. Ansonsten trocknet euch die an und ihr kriegt es dann nicht mehr da weg. Also das muss man ein bisschen üben, bis man da wirklich den Effekt hat, den ihr jetzt hier seht, dass es wirklich so aussieht, als wäre das von alleine mit der Zeit durch Alterung dahin gekommen. Hier habe ich jetzt nochmal mich entschieden, etwas von diesem Faden, mit dem ich vorher dieses kleine Knopfschildchen und den Knopf selber angenäht hatte, dort auch mit einzubringen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Sowas könnt ihr natürlich auch benutzen. Ich habe jetzt hier so einen Buchbindefaden genommen, weil mir der farblich zu den Schnipseln darunter relativ gut gepasst hat. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Nähgarn verwenden. Ich habe zum Beispiel eine riesige Kiste Nähgarn, was mir mein Vater mal geschenkt hat. Das hat ursprünglich meiner Oma gehört. Die ist schon seit einigen Jahren nicht mehr unter uns. Und dieses Nähgarn ist schon relativ alt. Deswegen traue ich mich nicht, das in meine Nähmaschine einzuspannen. Es ist mir schon öfter passiert, dass das abgerissen ist. Und ich möchte natürlich nicht, wenn ich etwas nähe, dass mir das hinterher irgendwie auseinanderfällt. Aber für solche Zwecke kann man das natürlich immer noch benutzen, wenn man so altes Garn hat. Oder auch, wenn man vielleicht einen Garn hat, mit dem man normalerweise gar nicht nähen würde. Oder es gibt ja auch vielleicht minderwertiges Garn, was man sich neu gekauft hat, wo man es dann in die Nähmaschine einspannt und denkt, Das reißt mir immer ab. Anstatt sich zu ärgern, kann man es natürlich für solche Projekte wunderbar verwenden. Ich mache das jetzt hier so, dass ich den Faden einfach um die einzelnen Lagen da so ein bisschen drumherum wickele. So, dass er dann an den Seiten etwas heraus steht. Und, entschuldige bitte, das habe ich jetzt leider nicht gefilmt. Hinterher habe ich den noch ein bisschen festgeklebt. Also ich habe den erstmal jetzt da so drumherum gewickelt, dass mir das einigermaßen gut gefallen hat, dass er an den Seiten ein bisschen raus steht. Und später habe ich dann unter die einzelnen Schichten, wo sich dieser Faden befand, also unter die Schichten Papier, nochmal etwas Kleber gegeben, sodass das wirklich richtig hält und dass der Faden nicht wieder rausflutschen kann. Und am Ende hatte ich dann dieses Ergebnis. Also, solche Kleinigkeiten sind für mich das, was Junk Jourdaling einfach so besonders macht. Denn, ja, was soll ich sagen, das macht einfach so viel aus, wenn man das auf eine Seite aufbringt. Hier habe ich mir jetzt am Ende wieder meine Box genommen, wo ich meine Schnipsel reingetan habe. Denn ihr wisst, am 24.12. brauchen wir alle Reste von allen anderen Tutorials und von allen anderen Projekten, die wir zuvor gemacht haben. Deswegen sammle ich hier auf meinem Tisch mal alles ein und gebe das da in meinen Behälter, damit ich das am 24. benutzen kann. Ich schmeiße da tatsächlich auch die allerkleinsten Schnipsel rein, die ich so finden konnte. Ich hoffe, diese kleine Idee hat euch gefallen. Wenn ihr das nachmachen wollt und eure Ergebnisse auf Instagram teilen wollt, dann benutzt doch bitte den Hashtag, den ihr unten im Bild seht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Türchen. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Und bis morgen. Tschüss. Und bis morgen. Tschüss.